Ja, was denn hier los? Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dark Orbit Wintermärchens von 2018. Mein Name ist Eddie und heute gab es, zack, 10.000 der ABL-Sondermunition für die sonderhaften, sondermittlichen, ähm, Sonderaliens. Total, äh, sonderlich. Oh, Wintermission 03, Wintermission 04. Zerstöre, zerstöre, zerstöre. Sammle nicht, das finde ich gut. Sammle nicht, finde ich super. Ich hasse es zu sammeln. Mal Devolarien haben wir hier unten. Holen wir uns jetzt erstmal ein Devo. Und eine halbwegs standmäßige gute Konfi habe ich auch noch. Also, falls jetzt noch einer kommt, kann ich mich da sogar wehren gegen. Wooh! Ähm, übrigens bei Pyro Duo ist gerade das erste Prospekt-Video online gegangen. Wer sich schon mal angucken will, was es im Hage-Baumarkt so alles gibt, möge da jetzt bitte einmal einen Blick riskieren. Pyro Duo findet ihr als Link unten in der Videobeschreibung. Weiter geht's! Devo, da ist eine Devo Nummer 1. Guck mal. Eine X4 in der Speed-Konfi. Low-Schaden. Pass, meine X4 hier in den Zweiten. Wie sind die angehittet? Was ist denn da los? So, das ist die schwere Mission. Finde ich jetzt tatsächlich nicht so schwer. Fliegt zum Gate jetzt einfach mal zurück. Ha! Hallo? Wartest du bitte? Wirst du wohl warten? Danke. So ein Quatsch. So, jetzt kann ich aber springen und zwar hoch auf die, ähm, 1, 5. 1, 5, 1, 5. Oh, das ist das neue Sternensystem. Das ist so verwirrend. Das ist hier. So, da. Danke. So. Auf die 1, 5 und da hole ich mir ein ganzes Lodarchium und dann hole ich mir noch für die schwere, schwere Windermission, wo es 600 Uri und Lockfeife gibt, hole ich mir dann tatsächlich noch die Crysis. Man muss das Jump-CPU tatsächlich wieder anmachen. Oh, so ein Quatsch aber auch. Man könnte mir mal RSB schenken. Ich habe nur noch 600 davon. Ich möchte mir jetzt kein Scruff. Dann habe ich hier ein Dings gleich bei irgendwo. Nö. Warum nicht? Devo. Ach, Quatsch. Devo. Nein, Lodarchium. Und ihr müsst die Mission an dem Tag tatsächlich abschließen. Sonst ist nichts mit, äh, am nächsten Tag machen, ja. So. Den haben wir. Jetzt holen wir uns noch die Crysis. Zum Chat was los. Auf 5, 2 sind welche. Wer ist da? Wer ist auf 5, 2? Draußen bei uns ist übrigens Schnee. Äh, ich darf mal gucken. Gewesen. So, wieder da. Es hat tatsächlich ein bisschen geschneit. Aber hat wieder aufgehört. Warm. So, die schwere Mission abgeschlossen. Danke. Nehmen wir uns doch gleich die nicht so schwere, die leichte Mission an. Und muss sie natürlich wieder runter. Auf die alten Karten. Und da dann schauen, dass ich da mit den Viechern zurechtkomme. Erst becraften kann ich mir, glaube ich, noch nicht. Nee. Ja, was fehlt denn dazu? Uri habe ich genug. Ach. Das gute Rhinusk fehlt mir. Und 2000 Spur habe ich auch schon. Das ist natürlich nicht ansatzweise so viel wie Kollege Software hat. Der hat natürlich ein bisschen mehr. Ja, der 24-7 gefühlt auf den Karten um seine Viecher schießt. Also immer, wenn noch von der Arbeit kommt. Und das mache ich halt nicht. So, leicht. Auf ne X3-Map, auf ne X4-Map. Und sammle, sammle. Ah. Aber es gibt einen Lockfall dafür. Aber, ah. Sammle. Jetzt ehrlich. Ich meinte, das Zerstören ist nicht das Ding. Aber das Sammeln ist, ah. Ich sammle nicht so gerne. Und das zählt ja nicht aus zerstörten Schiffen. Sonst würde ich es ja einfach aus den Resis holen. Das zählt ja nicht. Bläder Mist. Und ich kann das Pet trotzdem sammeln lassen. Kegner Locator. Ne, äh, sammeln. Ist aber nett, dass du einen Gegner erfunden hast. Ja. Guck mal hier. Ist mir nicht geklickt, oder was? Danke. So, weiter. Im Text. Als Infizierter ist das Leben schöner. Ich muss jetzt echt den Mist sammeln hier. Es ist doch. Ach. Mann, er ist. Ich wollte gerade drauf schießen. Aber es wäre nicht so klug gewesen. Glaube ich. Ja, hier. Zählt der mir nicht. Schön. Und auf der X4-Map muss ich das auch noch sammeln. Auf der X4- und der X3-Map jeweils. Wo ist das Feld? Ist doch hier. Wo ist denn das? Hier. C-Fix. C-4. Ja, und der King-Clan, er bottet mal wieder. Ich mag das absolut nicht. Aber auf den oberen Karten, also auf der 1-BL-Karte, für mich, ist es ein gutes NAP. Die helfen dann auch. Und es sind immer so viele aus dem King-Clan. Deswegen habe ich da jetzt einfach mal Ja gesagt zum NAP. Und die haben auch ein paar gute Spieler. Also ein paar höher-Ratige. Die bestimmt auch botten. Würde mich jetzt jedenfalls nicht wundern, wenn sie das tun würden. So, und auf die 1-4 hinfort. Warum sind denn hier so viele Gegner heute unterwegs? Guten Rutsch, jawohl. Vielen Dank. Silvester ist bald. Dauert nicht mehr lange. Keine drei Wochen mehr, tatsächlich. In zwei Wochen ist Donnerstag vor der Einkaufstour. Da gibt es dann den kleinen Stream von uns. Also nicht hier auf Eddie Blue, sondern auf Pyro Duo. Wo ein bisschen gelabert wird, sich vorbereitet wird für die Einkaufstour. Wo sich alle darauf freuen. Denn, ach, das wird so schön. Sonst sind es halt nur noch zwei Wochen. Das sind nur 14 Tage. Das ist nichts. Dann ist das Jahr schon fast wieder rum. Mit der Einkaufstour ist es schon fast besiegelt, kann man so sagen. Hey, ein Modon. Hier ist wieder das Gate. Kann ich durchspringen? Nö. Schade eigentlich. So, und jetzt hätte ich gerne das Terbiumfeld. Müsste hier oben irgendwo sein. Da. Das olle, äh, Entschuldigung, das tolle. Terbium. So viel gesammelt wie in den letzten zwei Tagen habe ich lange nicht. Und Google meinte auch gerade, ich hätte Google angesprochen. Bildschirm ist gerade aufgeleuchtet. Oh, der hat dicke Laser, der Kleine. Alles klar. Und abgeschlossen die Quest. Und abgeschlossen das heutige Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vergesst nicht bei PyroDuo vorbeizuschauen. In dem Sinne. Tschau.